In einen großen Wald zu gehen, ist nicht sehr schön und angekommen. Bei einer Rast knackt vielleicht ein Rast. Da bleib' ganz leise stehen und du wirst er sehen. Die Bären und Wald, die tanzen der Wald, drehen sich im Kreise, auf Bärenart und Weise. Und gegenseitig kratzen sie sich gern mit ihren Tanzen, genüsslich brummen sie dazu. Brummel, 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 brummel. Viele Kinder sehen dann sich alles aus der Ferne an. Doch ein Bär kommt angelangt und nimmt sie an die Hand. Und so tanzen sie schon bald, die Bären im Wald, drehen sich im Kreise, auf Bärenart und Weise. Gegenseitig kratzen sie sich gern mit ihren Tanzen, auch genüsslich brummen sie dazu. Brummel, brummel, brummel. Und so tanzen sie schon bald, die Bären im Wald, drehen sich im Kreise, auf Bärenart und Weise. Und gegenseitig kratzen sie sich gern mit ihren Tanzen, genüsslich brummel sie dazu. Brummel, 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 brummel. Brummel, brummel, brummel. Brummel, brummel, brummel. Vielen Dank.